Wir gucken auf die letzten Meter hier bei den Rotax-Mikros und da haben wir die 128er als erstes im Ziel. Max Reis hat als der neue Champion der Mikroklasse, der Max Reis und der freut sich riesig natürlich über diesen Erfolg. Und wenn du jetzt noch einen Satz über die ganze Saison so sagen möchtest, was wäre der Satz? Ich danke auch an meinen Schrauber und an das ganze Maranello-Team, das mich so hart unterstützt hat. Ich bin froh, dass ich in dem Maranello-Team bin und es ist sehr gut. So cool genug? Oder wie sehe ich aus? So cool genug? Oder wie sehe ich aus? Er ist der jüngste Star hier. Max Reis, deutscher Jugendkart-Meister, hat Benzin im Blut. Irgendwann war ich halt mit sechs so weit, dass ich das konnte. Und dann haben wir eigentlich so angefangen. Und was ist dein großer Traum? Formel 1 zu fahren. Lieber Bruder, ich wünsche dir viel Erfolg in Brasilien. Lieber Bruder, ich wünsche dir viel Erfolg. Gib das in Brasilien. Das ist ein cooles Bild. Bitte, bitte. Anton. 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 Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. 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 Danke.